Huch! Aha. Okay. Nein! Wir kommen nicht mehr zurück! Wir kommen nicht mehr zurück! Sie hat gerade Spaß! Wir können abhauen! Oh Mann! Jetzt haben wir bestimmt was vergessen. Aha! So. Ach Mann! Ich hätte gern noch den einen Raum! Warum kommt er da jetzt nicht mehr hoch? Ist das ein Fehler? Ja. Naja. Wir sollen dann nicht mehr zurückkommen. Einmal für diesen Weg entschieden. Ich würde sagen, nehmen wir noch einen Schuh mit und dann geht's los. Oh, es ist besser als Schuh. Ah, ich sollte mich lieber nochmal umgucken. Sch, sch, sch. Ich bin aus dem Weg. Ach, verdammt. Oh, warte. Was ist das? Was? Da ist doch was. Na, dann halt nicht. Ich frage mich gerade, gab's das mit dem Zwerg in der Demo nicht? Da haben wir es einfach nicht gemacht. Na, wer weiß. Los, komm. Hilf uns. Sehr gut. Hopp, 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 hopp. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich mag das nicht so gerne. Das ist safe eine Falle. Das ist safe auch eine Falle. Da war ein Kind, was weggelaufen ist. Müssen wir ihm einfach hinterher. Das ist sicher ein Verschleck. Ja, das ist safe. Mist, hätten wir da durchgekonnt? Wir werden es jetzt niemals mehr erfahren. Das ist gut. Oh, okay. Ah, wir haben eine zweite Chance. Was? Ach, da war noch ein Kind. Okay, die hat das zugemacht. Okay, okay, okay. Damit kann ich leben. Ah. Perfekt. Oh, Gott. Das war einfach zu lustig gerade. Äh, können wir nicht so ein Kreide-Ding ins Bett nehmen? Ich würde auch gehen was malen. Okay. Okay. Keine kinkereckten. Oh, shit. Oh, shit. Fuck. Was? Oh nein Oh nein Oh nein Scheiß Och Mann Oh, ich hätte mich nur ducken müssen So Och Mann Ich dachte, ich stehe weit genug weg Okay, letzter Versuch Oh 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 halten.